Ich komm mir jetzt an. Ah, das ist ein Ender-Minn. Ah, Mami! Ah, ich werd abgebunden! Komm jetzt schnell! Ich hol die scheiß Blume, das ist mein Recht. Ja, dann hol dir erstmal Steine, meine Freundin. Hol dir erstmal Steine. Ja, hab ich ja. Oh, hier sind immer so scheiß Zombies, wie die heißen. Ah! Ah! Jo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Captive. Heute mal aus der Sicht von Johnny DeBau. Ohne den Alistair D. Guten Tag. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Das war's mit Captive, bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Also, was wir diese Folge machen wollen. Ich will ja hier mit meiner Lore rumfahren, bis ich die 50.000 Welt erreichst hab. Ah. Ah, oh Junge. Hast du Eisen für mich? Nee. Hey, wo soll ich denn jetzt hier so schnell Eisen finden? Hä, wir haben doch wo für Eisen? Hey, ja, für die Lore. Ich brauch ja auch eine Lore zum Fahren, oder nicht? Ja, aber oben ist doch Loren eigentlich. Hä, dann bist du doof. Oben ist Lore. Hä, ja. Ich baue mich jetzt einfach mal ein bisschen hier in die Wände rein und gucke nach Eisen. Du siehst noch Diamanten, Fertjes? Na. Dann musst du gar nicht so weit runter, ne? Hä, überhaupt nicht. Nö. Hey, ist ja auch nirgendwo mal Eisen. You're going out my baby alive. Use the motherly golden eyes. Hä, wo ist denn hier die Lore, bitte? Hallo. Eine Lore. Hä, wo ist denn hier denn Lore? Ich weiß doch nicht, ob wir eine Lore haben. Hä, du hast gesagt, oben ist eine Lore. Hier ist aber nirgendwo eine, du Lapp. Hä, das ist Eisen ein bisschen. Ja, das heißt aber nicht von der Lore. Ja, was weiß ich denn, wie viel da ist. Oh, Junge, gehst du nicht mehr auf den Keks. Ich hab gar keinen Keks. Alter, auch ich soll das aufgescheiden. Hä? Ja, ja, hier ist Eisen. Das kann ich gar nicht abbauen. Du musst pinkeln. Ah, das sind Zombies. Ah! Hä, das ist mir Rille Pille, Alter, was da ist. Rille Pille ist ein tolles Produkt. Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal Eisen suchen, wegen dir. Äh, mach doch. Mach doch. Hier ist, glaube ich, noch Eisen drin, oder? Hier ist noch Eisen. Ein Eisenbahn. Oh, geil. Damit kommen wir uns anfangen. Ja, wie viel haben wir uns? Ah, Junge, schreie nicht so. Ah, was kommt denn hier so Wasser mal? Ah, Junge, schreie nicht so. Mann. Ich hab mich mal erschrocken. Scheißkind. Alter. Komm, wo bist denn du? Hä, bist du da runtergefallen? Hä, wo bist denn du runtergefallen? Hallo, komm runter. Hä, weiß ich nicht. Ich hab Eisen gefahren, da war da unter mir. Eisen hat es abgebogen und runtergefallen. Hast du eine neue Hölle gefunden? Ja, komm mit. Ist das eine neue Hölle, oder? Hä, nee, ich bin da rein. Wo die ganzen Monster sind. Hä, die alte Hölle dort? Ah! Hä, wo? Wohin denn jetzt? Hier, komm mit. Hä, ist ja logisch. Da unten ist auch die Hölle. Hä, aber das ist richtig kacke. Einer, wie weit unten warst denn du? Ja, richtig weit hier. Und ne, Scheiße. Ach, du bist gleich tot. Ah! Ich bin runtergefallen, um es zu sehen. Ah! Ah, nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wir kommen hier niemals weiter. Hä, wo sind die Zombies? Hä? Ich bin geschlagen. Wo denn? Hä? Hier! Guck mal. Ah! Da ist irgendwas. Ah, wo? Ah, was? Wo? Wo denn? Ich sehe da nix. Hilfe, ich hab Angst. Hä, hier ist gar nix. Hä, hier ist gar nix. Bist du doof? Hä? Der hat mich auch schlagen. Der Huch und so. Hä, mir ist da gar nix. Hä, da war ja auch nix eigentlich. Let's bomb to the baby. After the girl I me. Hä, komm jetzt bitte. Komm runter, ich hab Angst alleine. Warte mal, ich farm, ich fahr, äh. Nein, Athos. Athos, komm jetzt bitte runter. Athos, die kommen, die Monster kommen. Sie werden mich holen. Die Kartoffel ist weg. Oh, ich hab Angst, ich bleib jetzt hier stehen. Die Kartoffel ist weg. Ja, komm jetzt bitte. Ich bin auf dem Weg. Ah, schon wieder ein Zombie. Scheiße. Wir werden niemals fertig. Hä, ja, eigentlich will ich jetzt Eisen farmen. Das ist ein Enderman. Ja, ist egal, komm jetzt. Nein. Agriva. Komm einfach. Komm jetzt einfach. Wo bist denn du? Ach, scheiße, der Enderman ist hinter mir her. Wo bist denn du? Ich komm. Ah, das glänzt. Junge. Komm schnell. Wo bin ich denn hier? Ah, ich komm, Zombie. Aua. Komm schnell rein. Komm in die Bucht des Todes. Komm hier rein. Komm hier rein. Schnell, bau zu. Oh. Nicht, nicht, nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Warum? Nicht aufmachen, weil da Monster sind. Nein. Doch, geh weg. Warte, ich baue auf. Da sind da viele. Geh weg. Geh weg, ich baue das auf. Ich hab die Spitzhacke. Ah. Du hast zwei Herzen weg da. Hey, ich hab Angst, Alter. Ach, ich hab Angst. Ah. Geh weg. Ah, hier sind wir. Ah. Hey, wo ist die Kiste? Ah, Enderman, Enderman, Enderman. Wo ist die Kiste mit den Kartoffeln hin? Keine Ahnung. Ich baue mich jetzt hier rein. Das Ei. Ne, komm, wir sind dran. Hey. Da unten. Hey, hier sind richtig viele Items. Achso, das sind meine Alten Items. Guck, da oben bin ich jetzt runtergefallen. Ja. Hier ist Eisen. Ich hab nochmal Eisen gefunden. Nice, aber noch eins. Ah. Ah, nein, da kommt die Kiste. Ah, wo? Ich hab Angst. Pick dich. Tschüss. Hast du Essen? Nee, nur noch eine Pilze, aber die brauch ich selber. Nein. Doch. Ja, wo soll ich denn die Scheiße hier hinräumen mal eben? Hey, sind da unten noch Monster? Nee, ne? Hey, da sind da kaum... Ah, ich hab einen runtergefallen. Hey, die kann ich so schaffen, die Monster. Echt? Hey, da sind noch gar nicht mal viele. Guckst du dir nochmal an. Ich seh gar keine Skelette mehr. Doch, ein, zwei... Oh, doch, jetzt kommen wieder welche. Oh, kacke. Ach, du liebe Krütze. Hä, was, wenn man ganz schnell runtergeht, dass der Abbau hat und wieder hochgeht? Ja, mach, mach. Los, mach. Ja, genau, ich hab gar keine Ahnung. Doch, du hast ein Schwert. Mach mal allein jetzt. Bau dich einfach ganz schnell hoch. Eine Blöcke. Ja, okay, warte. Brauchst du noch mehr, hier. Oh. Ich geb dir nicht. Das ist mein Items. Oh nein, die sind runtergefallen. Oh nein. Sind die Blöcke runtergefallen? Ah, nee, ich hab's so. Na gut. Allein, wenn ich da runterhüpf, der hab ich schon. Nein. Hüpf, hüpf. Warte, 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 warte. Nein, nicht. Du hüpfst jetzt da runter. Du hüpfst jetzt da runter. Wo kam der Pfeil her? Wie das aussah. Oh, nö. Das sah so scheiße aus. Herr Junge. Herr Mann, du sollst die Blume holen, du verfluchtes Arschloch. Er versucht irgendwie zu töten. Ja, ich will die Blume holen, mehr nicht. Ja, ich komm jetzt, ja. Ah, das ist ein Moment. Ah, Mami. Ah, ich werd abgebunden. Komm, jetzt schnell. Ich hol jetzt die scheiß Blume. Das ist mein Recht. Ja, dann hol dir erstmal Steine, mein Freund. Hol dir erstmal Steine. Ja, hab ich ja. Oh, hier sind überall so Scheiß-Zombie-Zombie heißen. Ah! Scheiße, ich hab die Aufnahme abgehauen. Yo, Leute, da bin ich wieder schon aussehende Windows-Taste gedrückt. Hä, hier sind überall Skelette in der Scheiß-Zombie. Warum schreist du aber so rum, ey? Das schreckt mich schon mal übel. Hier ist Ausdehnungssinn. Hey, ja, jetzt ist das ein Scheiß-Skelett. Dummes Scheiß-Ding. Äh, nee, das heißt gar nicht. Ah, nee, der Küb war jetzt ja explodiert. Ich komm jetzt. Ja, ich komm jetzt. Hey, wo bin ich? Ah, hier bin ich richtig. Ah, ein Zombie mit einem Schwerter. Ah, hier ist ein Skelett, Mami. Oma, Oma, komm. Oma, komm. Oma, komm doch. Hilf mir doch mal, Athos. Jetzt komm doch mal. Wie lange pausst denn du und bist nach unten? Lame Ente, ey. Ich, ah! Ach, Scheiße, sind da unviele Monster. Junge, sind da unviele Monster. Oh, Scheiße. Das sind noch mehr als letztens. Das sind noch mehr. Du hast den Weg zugebaut. Jetzt muss ich erstmal die Scheiße abbauen. Warte, ich komm mal. Ah, meine Nase läuft. Meine Hoden krabbeln. Wohin geht in die Nase? Hier ist noch ein Schwert. Brauchst du noch ein Schwert. Da liegt ein Schwert da auf dem Weg. Guck mal dahin. Da, da sind... Ah, du hast eins. Pass auf, das sind nicht wie viele Monster. Guck mal, wie viel, das legt schon ein bisschen schnell. Oh, fuck. Oh, fuck. Die Blume, holen die Blume. Nein, 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 nein. Wo ist die Blume? Die Blume ist weg. Die Blume ist weg. Die ist jeweils vermisst. Die Blume ist weg. Das ist so scheiße. Diese scheiß Skelette schießen einen durch die Kacke ab. Hä, wie heißt das Plugin, wo man Slash Kill All the Mobs machen kann? Ja, genau. Warte, hier ist Eisen. Ich will ja bloß Eisen haben. Hä, man kann das nicht schaffen. Die schießen einen durch die verkackten Blöcke ab. Also durch die World Border. Hm. Ja, das macht voll keinen Spaß mehr. Ich schreck aus. Nein, scheiß tust du. Ich kann es alleine weitermachen. Nö. Hä, wir müssen das zum Archiv haben mit diesem Wagen da, damit wir endlich dieses Yellow Clay haben. Was? Ja, dieses Yellow Clay. Da können wir... Hä, wozu brauchen wir eigentlich die rote Blume? Hä? Weiß ich nicht. Hä, die ist weg, ne? Die ist dann nicht mehr. Hä, nee. Hä, wo du runter gegangen bist, da war sie weg zumindest. Vielleicht hast du dir kaputt gemacht oder so. Ich hab Gold gefunden. Hä? Wofür brauchen wir denn die rote Blume? Hä, für irgendwas war das. Hä? Nein. Doch, wirklich jetzt. Hä, aber wir haben doch schon roten Farb. Es war trotzdem, für was glaubst du mir, du Ars? Ars. Hä, wo ist denn jetzt mal wieder unsere Erde hin? Hä, die hat jemand geklaut. Ich komm nicht mehr hoch, Ars, helf mir. Mutti. Ars, kannst du mir jetzt bitte helfen? Hä, warte. Ich hab keine Spitzhacke und hier sind Zombies. Komm runter, komm ganz schnell runter. Ich bin gleich tot, ja, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Hä? Aber ich hab auch so den M2 gedrückt, shit. Jetzt bin ich in Camelot 1 gegangen. Oh, ich muss pullern. Puller, puller, puller. Scheiße, komm jetzt mal runter. Ja, warte. Ich hab nix, ich kann nicht essen. Hä? Ich hab auch kein Essen. Kann ich dich jetzt mal beeilen? Hey, aber jetzt wollen mich ja mal töten, ich hab kein Schwert. Hä, das ist ja kacke. Wir brauchen unbedingt Wasser. Also wenn du noch langsamer machst, dann bin ich tot. Ja, ich hab diese Weizen jetzt angebaut. Aber wir brauchen unbedingt Wasser. Hä, ne? Wofür sind denn jetzt diese scheiß Pilzkuh-Teile da? Ich hab die nicht. Hä, wir haben alle unsere Items irgendwie verloren. Hä, ja. Die sind halt diese Pilzkuh-Facken-Teile. MENCH! Ey. Flieg dir jetzt einfach runter und komm zu mir. Ja. Ich hab nämlich keinen Spitzhack mehr. Scheiße. Achso, nicht so schnell. Hä, was labert der? Hä, ich vermis jetzt auch Game-Mod, damit ich hochfliegen kann. Ich hab keinen Bock hier tausend Jahre auf dich zu warten. Ah, hier sind nämlich vier Zombies, Alter. Gleich bin ich da. Guten Tag. Hä, jetzt wollen wir ja nicht mehr runtergehen. Jetzt kann ich wieder Game-Mod, Null. Ey, wie geht man denn Game-Mod, Null? Pilzkuh. Hast du auch Essen aufgefüllt bei der Pilzki? Ja, ich hab die jetzt aufgefüllt und hier reingetan. Oder ich tue alles mal in den Inventar rein. Reichen vier Eisen für den Lore? Ich glaube, eins, zwei müssten reichen, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Nein, wir brauchen fünf. Ein Eisen fehlt mir noch. Hast du nicht noch eins? Nein. Oh, nein, nicht dein Ernst. Was soll ich denn das jetzt wieder herkriegen? Unser Holz geht... Scheiße, wir haben auch kein Holz mehr, oder? Nicht mehr viel, aber... Ich muss mir nämlich nur einen Spitzhage machen. Ja, das Dumme ist halt, wir... Wir müssen Erfolge jetzt machen. Ich brauche noch ein Eisen, verdammt. Ja, du musst eigentlich noch Rüstung von mir haben, oder? Ja, ja. Und die Ketten schublos. Geht mal. Ne. Ich brauche kein Eisen. Ich habe kein Eisen, du musst ein bisschen gucken. Ja. Wohin soll ich denn hier gucken? Auf dem Boden. Hä? Ne, das ist nicht. Oh, ist das scheiße. Ey, man kann das doch nicht schaffen, weil diese dumme Skelette... Hey, warte auf mich, warte auf mich, warte doch mal auf mich. Ich habe was für dich. Hey, wo bist du? Hier. Äh, ne, ich hatte nichts für dich, ich wollte bloß nicht alleine... Ah, das ist Spinne! Ey, ich fahre mir jetzt hier mal noch Eisen, ne? Vielleicht krieg ich ja hier schnell was. Ich brauche nur ein verdammtes Eisen, muss ich ja irgendwie schnell kriegen. Hey, warum kann ich da jetzt keinen Bock setzen? Oh, wegen dem Teiler. Komm, ein Eisen gib's mir. Ah. Ein verficktes Eisen, das gibt's doch nicht. Oh, Junge. Oh, ne, jetzt schon wieder so ein Zombie. Hey, warum ist Eisenform so schwer? Ja, weil im normalen Minecraft sind viel mehr Eisen. Als hier in der Scheiße. Hä, ohne Witz, sobald ich da runtergehe, habe ich nur halb so viel FPS wie sonst. Ey, warum muss das noch rumholen, ne? Ah, Junge, erschreck mich doch nicht so. Alter, hier ist wo... Ey, hier sind so viele Zombie gespawnt. Hä, was? Bist denn du schon wieder? Ey, haben wir Kartoffeln getwoppt. Ja, schön für dich. Wo bist du jetzt? Ey, ich muss in Game Out 1 gehen, weil du hast hier, äh, Dingens zugebaut. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, aber okay. Ja, hier auf dem Weg, wo man da runterkommt, zu den Zombies. Was? Ah, Junge, Junge, helf mir, Junge, helf mir, helf mir, helf mir! Atos, komm hoch! Ich, ich kann nicht hoch. Doch, hoch! Jetzt habe ich wieder diese scheiß Blöcke im Inventar. Ah, was, äh, da unten sind Zombies. Ah, schießt noch mich. Schöne dir jetzt. Hä, die wären hier eigentlich... Hä, die kommen hier alle her! So. Hä, warum hast du... Hä? Du hast hier alles zugebaut. Warum hast du Game Out, bist du doof? Hä, warte, du hier die Blöcke, guck doch mal. Ah, nein! Nein, nein, nein! Wo bist du? Kacke, hier! Hey, komm doch! Ich habe die Blöcke da abgebaut, wo die spawnen. Hä? Fuck! Helf mir, bitte! Ich komme nicht hier hoch, ich komme nicht hier hoch. Mach doch Game Out, Junge! Oh, ich habe es zugebaut. Wenn du Probleme hast, dann mach Game Out einfach an. Ah, Mann! Scheiße! Mach Game Out an! Mach hier das Eisen! Mach doch Game Out an! Ich brauche hier die Blöcke ab! Mach Game Out an! Ich habe das... Habe ich nicht! Ich habe jetzt Eisen, okay, ich gehe wieder hoch. Bau bitte die Blöcke zu! Komm her! Welche Blöcke denn? Hier! Da oben ist ein Zombie! Ich komme nicht hoch! Ja, bau ab! Wo ist der? Da oben! Ne, ich habe Angst! Ich mache jetzt Game Out und fliege hoch! Ja, aber dann baue ich nicht immer... Du baust immer das so ab, dass die hier direkt alle spawnen. Hier waren richtig viele. Hey, ist mir jetzt egal! Eine Karotte gedroppt und so. Ja, ist egal! Guck doch mal, wie die hier spawnen! Ja, können sie ja! Ja, nee! Doch, ich mache jetzt die Loche und damit wir überhaupt einen Erfolg mal bekommen, Sonst schleiern wir hier die ganze Zeit noch so dämlich rum, dass so es denn nur ist, ey. Schon gar kein Spaß mehr. Ja. Hey, ich brauche noch einen Erfolg, dann können wir in übel viele Kisten, weil ich habe da unten übel viele gesehen. Oh ja, hier kriegst du eine Kartoffel noch, das kriegst du noch rein. Das war natürlich die Scheiße, dann bin ich fertig für heute. Ja, haben wir mal eben... Ne, haben wir nicht. Ähm... Ach, schau dir. Ich muss noch ein bisschen Essen rein, so. Essen ist ja unser... Äh, gleiches kleines Problem. So, jetzt mache ich mir schnell ein Lohre. Perfekt. Hier ist eine, die darf nicht kaputt gehen. Wenn die kaputt geht, dann darf ich nochmal auf Eis und Soho gehen. Und so viel Holz haben wir nicht mehr, das heißt, wenn das Holz weg ist, dann... Ah, da wird das schickert. Hä, wo kommt denn eigentlich das nächste Holz? Ah, hier. Ah, das ist kein normales. Ah, scheiße. Geil, was aus? Ey, oben ist eine Kiste drauf. Ja, ich fahre jetzt, ne? Ah! Warte, kannst du mich gleich mal anschubsen? Schub mich mal an. Hey, Leute, hier sind zwei Erde in der Kiste. Kannst du mich mal anschubsen? Ah, mein Vollspeed, bitte. Falsche Richtung. Hä? Reicht der Speed überhaupt aus? Oder brauchst du eine... Weiß ich nicht, ich schieb dich mal die ganze Zeit an. Das kannst du dir mal lange machen, ne? Ja, genau. Hä, ich brauch dann so eine Speedloche. Hallo, du musst mich gleich wieder anschieben. Schnell, ich darf nicht aufhören. Hä, drück W, drück W. Was? W drücken. Hä, nee, das klappt nicht. Doch. Hä, ist sicher? Ja, ja. Ich drück mir, ich drück mir, ich werde langsamer. Ich werde langsamer. Oh, ich bin schnell, Junge, nicht so schnell. Oh, mir wird das schlecht. Aber wie lange dauert denn das jetzt? Oh, mir wird das nicht. Ich glaube, das dauert Ewigkeiten. Ey, schieb mich mal, wie sieht das aus? Vor allem, wie so ein blöder Form ist jetzt hier im Kreis. Nur um so einen dämlichen Erfolg zu bekommen. Hallo, anschieben. Ich bin gleich alle. Mein Tank ist gleich leer. Mein Tank ist gleich leer. Anschieben, anschieben. Oh, oh, stopp. Ah, nein, bist du doof? Ich schau nicht an, nein, schieb mich an. Schieb mich ganz schnell an. Ja, ich halte dich an. Pippi, du darfst nicht im Weg stehen. Ja, ich bin jetzt hier seit dem Game of 1. Pass auf, geh weg da. Ah, das Schaf. Ah, das Schaf. Die Scheiße. Ich guck mal kurz bei Erfolg, gell? Okay, jetzt kann ich dir mal eben die Scheiße setzen. Ich lege mit einer Lore mindestens einen Kilometer an einem Stück zurück. Einen Kilometer. Ist das lang? Und wie viel Meter? Kann man das nicht bei F3 irgendwie gucken? Ne, ne? Äh, Lücke. Hey, das ist egal. Ne, das ist egal, das ist egal, welche Richtung. Hauptsache, ich halte dich an, das ist die Hauptsache. Glaube ich. Ich darf nicht einmal anhalten. Ist ja sonst egal, welche Richtung. Alter. Alter, bist du schnell. Ey, dreckt aber immer weh. Okay. Ah, bist du doof? Hör auf damit, ich bin gleich tot, Alter. Hey, ich steck das Schwert weg, ne? Ich steck das Schwert weg. Noch einen Schlag und ich bin tot. Alter. Wir wollen den Erfolg doch schaffen. Alter, wie schnell bin ich denn? Man ist ne Kilometer, mach Hummel. Steht da noch wie viel Meter noch? Nein. Eben nicht. Mann, das ist so kacke. Nicht, dass ich jetzt die drei Folgen noch gebrochen. Könnte sein, aber die Folge ist ja auch gleich vorbei. Ja, aber ohne Witz, wir brauchen unbedingt wieder einen Erfolg, ne? Naja, deswegen, ja, machen wir den jetzt. Das sieht aus. Ah, ja, nein. Oh Mann, die systemische Schaf. Kannst du mal weh? Hilfe! Nein! Das soll mal weggehen, Alter. Ja, das geht sogar da rein. Das geht sogar automatisch da rein, das Schaf. Guck mal, das ist da drinnen fast. Ah, jetzt kommt die Pilzkuh. Hilfe! Ich hab die Schaf reingesperrt. Schaf, geh weg, bitte. Ja, das hab ich schon für 10 Minuten geschrieben oder so. Hä, ne? Ja, ne, gerade eben. Ah, du bist voll langsam. Nein! Die Scheiße. Ich bin an... Nee, fast... Ich bin fast angehalten. Du musst wehdrücken. Du musst wehdrücken. Das geht nicht. Doch, das weiß ich. Ja, ich drück doch wie ein blöder Weh. Bei Boot geht's ja. Ach, was weiß ich. Ich drück jetzt hier die ganze Zeit. Komm, speed, gib mir speed, du Geilste. Alter! Hör, ich schiebe mich mal nicht an. Geh mal weg. Ja! Wir haben es! Hier! Perfekt, Junge. Hier, klatsch. Komm, warte, bleib stehen. Warte, drei, zwei... Nicht mit Schwert! Alter! Junge, ich hab noch ein Herz! Alter! Ja! Perfekt, jetzt können wir... Was können wir jetzt so machen eigentlich? Können wir jetzt nicht irgendwie was da unten machen? Hier? Ja, hier, nee. Können wir das schon machen? Ja! Ähm, wo haben wir Eisen? Hier kommt White hin. Hast du White? White? In der Kiste ist doch Eisen. Ähm, White, oder? Ja, glaub schon. Warte, ich guck mal. Ton. Ja, hier, weiß. Weiß, 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 weiß. Hier ist auch das hier. Warte, sei mal ruhig. Bleib mal leise. Mal gucken, was wir bekommen. Und? Ja. Ui, da! Hühner! Hühner, ja! Geil! Leute, Leute, die Folge... Jetzt geht's weiter. Ich guck mal, ich guck mal bei Erfolge. Wie lange nimmst du auf? Oh, ähm, 13 Minuten. Atos. Wo kommt Yellow hin? Atos. Aber wir wollen oder nicht, als nächstes müssen wir Diamanten suchen. Yellow. Hier kommt Yellow hin. Ich hab Yellow. Ja, mach. Mach. Sei leise, was? Hä? Hä? Solche komischen... Nein! Katzen! Diese Katzen, die fressen Hühner. Ah, nein, mach die weg! Scheiße! Warte, ich sperr die hier ein, die Fah, die Vieh. Wir haben nur noch einen Huhn. Ne? Weiß ich nicht. Ah, was kommt hier hin? Hä, dieser Fotze, der hat so einen Huhn getötet. Hier kommt ein normaler Clan. Lextier. Hä, hast du da unten noch so einen scheiß Viech? Ja, hier ist noch eins. Ich hab den eingebaut. Huhn und Sohn. Ich brauch... Hast du noch einen ganz normalen Ton? Hä, Ficker! Der hat uns einen Huhn getötet. Ja, ich brauch noch einen ganz normalen Ton. Hast du das bitte? Ne. Hä, brauchen wir den überhaupt hier? Ja, ganz normalen Clay brauchen wir da. Ja, hier, perfekt. Brauchen wir den? Keine Ahnung. Hebt den Mann lieber auf. Ja, der tötet hier aber alle. Ja. Sperr den ein oder was? Keine Ahnung. Schaft ihr weg, bitte. Warte, ich mach... Warte, sag mir mal, was jetzt kommt. He, geh weg, du. Was kommt jetzt? Hä? Was war das? Hä, was ist jetzt gekommen? Was? Was ist jetzt gekommen? Hä? Komm mal her. Ja. Guck mal die dumme Kuh an. Hä, was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn jetzt hier passiert? Hä, gar nichts. Da unten ist noch so eine Katze, ne? Ja, die hab ich eigentlich... Echt? Ne, hier unten. Die Kuh, Alter, die hat Spaß. Hä, so haut die Kuh wenigstens nicht ab. Läuft bei der Kuh. Die fahren eine Runde. Hä, was haben wir jetzt bekommen? Arthas, was haben wir jetzt bekommen? Ja, wir haben irgendwie nichts bekommen. Hä, muss aber. Irgendwas war jetzt. Hä, irgendwas muss da jetzt passiert sein. Ich hab nur so Feuerwehrteile gesehen. Hä, irgendwas muss jetzt... Hä, leul. Falls ihr das wisst, was jetzt passiert ist, schreibt es in die Kommentare mal bitte. Hä, was können wir hier noch hinbauen? Hier kommt Light Grey. Lime. Das war pink, genau. Und hier kommt... Green. Wie ha... Oh, dann kriegen wir einen Green. Oh, ich werde angerufen. Okay, meine Aufnahme ist eh vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn es gefallen hat, lasst mir hören und abonniert unsere beiden Kanäle unten. Sehen die Links in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, kannst du noch was sagen? Bis zum nächsten Mal gehört noch. Er macht's los. Ciao. 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 Ciao.